Hilfe für sehr kranke Menschen. Das verspricht eine der spektakulärsten Pflanzen der Wüstenapotheke. Die Sutherlandia wächst am Rande vieler Straßen, die durch die Savannen und Wüsten des südlichen Afrikas führen und könnte eines der kostengünstigsten Mittel zur Bekämpfung von Aids sein. Zu verdanken ist diese Entdeckung dem südafrikanischen Biologen Nigel Garicke. Er war fasziniert von der Heilpflanze, die von den Völkern der Koi und Nama gegen eine Vielzahl schwerer Krankheiten wie Krebs eingesetzt wird. Sutherlandia heißt in der Soto-Sprache Lerumu Lamari, Blutspeer. Und bei den Svanaheilern Fetol, die Pflanze, die dich ändert. Nigel Garicke startete einen Feldversuch. Südafrika ist neben Uganda das Land mit der weltweit höchsten HIV-Infektionsrate. Nach sechs Jahren Forschungsarbeit verweist er auf erstaunliche Ergebnisse. Die Geschichte von Sutherlandia und HIV begann Mitte des Jahres 1999, als wir Sutherlandia auf Verwendungen hin untersuchten, die nichts mit HIV zu tun hatten. Damals kam ein Mann aus meiner Nachbarschaft zu mir und fragte mich, ob ich etwas hätte, um Aids zu behandeln, weil zwei seiner Freunde sehr ernst erkrankt waren. Also erzählte ich ihm, dass wir Sutherlandia-Tabletten haben, die wir an uns selbst testeten. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt zwar schon, dass Sutherlandia ein fantastisches Stärkungsmittel ist, aber ich konnte nicht ahnen, welchen positiven Einfluss die Pflanze auf den Gesundheitszustand der beiden Kranken nehmen würde. Innerhalb von drei Monaten nahm die Mutter fast sechs Kilogramm zu. Auch ihr Kind sammelte wieder körperliche Kräfte und der Gesundheitszustand verbesserte sich. Die beiden Kranken, Nonlanda Zungu und ihre Tochter Nomfundo aus KwaZulu-Natal, nehmen täglich fünf Gramm Sutherlandia. Die Kosten rund zwei Euro im Monat. Sutherlandia ist aber kein Heilmittel für Aids. Es gibt derzeit kein Heilmittel für Aids, weder auf natürlicher noch auf wissenschaftlicher Basis. Sutherlandia spielt aber eine wichtige Rolle bei der ländlichen Bevölkerung. Also bei Menschen, die keinen Zugang zu modernen Medikamenten haben. Sutherlandia kann aber auch in hochentwickelten Gesellschaften wichtig werden. Bei Menschen, deren Zustand sich durch die HIV-Erkrankung noch nicht so verschlechtert hat, dass sie moderne Medikamente benötigen. Sutherlandia ist eine sogenannte Pionierpflanze. Nicht kultiviert wächst sie nur an Stellen, wo es für sie keine Konkurrenz gibt. Bringen andere Pflanzen in diese Gebiete vor, verschwindet Sutherlandia wieder. Um die Heilpflanze im großen Stil nutzen zu können, muss sie wie hier bei Ulrich Veiter angebaut werden. Die Stauden werden gemahlen und in Tabletten gepresst. Aufwand und Kosten sind überschaubar. Seit sie Sutherlandia nimmt, kann Nonlanda Sungu wieder arbeiten. Ihre Tochter Numfundo die Schule besuchen. Trotz vieler erfolgreicher Fälle entzog die südafrikanische Regierung dem Sutherlandia-Projekt die Unterstützung. Dr. Gilbert Mazzabiza vom staatlichen Medical Research Center teilt die Skepsis seiner Regierung. Es ist eine Geldfrage. Wir können keine klinischen Studien ohne garantierte finanzielle Unterstützung durchführen. Deshalb wurde das Sutherlandia-Projekt gestoppt. Außerdem sollten wir diese ganzen Anekdoten differenzierter betrachten. Wir wissen doch gar nicht, was diese Leute außer Sutherlandia noch einnehmen. Damit verwehrt der Staat seiner Bevölkerung eine sinnvolle Arznei. Eine gängige Praxis auch in westlichen Ländern. Kein Wunder, dass bei Eberhard von Köhnen Kritik laut wird. Heute ist man dabei, uralterprobte gute Heilmittel allmählich aus dem Handel rauszuziehen und sie einfach zu liquidieren. Das geht gegen das Gesetz einer Demokratie, wo Hunderttausende von Ärzten und Patienten diese Therapie verlangen. Die wird einfach zur Seite geschoben. In Südafrika rechnet man mit über 20 Millionen HIV-Infizierten. Sutherlandia kann diese Epidemie nicht stoppen, aber dafür sorgen, dass Kranke ein menschenwürdiges Dasein führen. Bisher kennt man erst wenige Heilpflanzen aus der Wüstenapotheke. Das Wissen um diese wertvollen Ressourcen ist aber eng mit dem Lebensraum der Ureinwohner verbunden, der immer mehr eingeschränkt wird. Schutz und Erhalt dieses Wissens liegen nicht nur im Interesse Afrikas. Untertitelung des ZDF für funk, 2017